Unser erstes Video in dieser Reihe endete mit der Aussage, dass gerade Kinder häufig Opfer der politischen Maßnahmen und ihrer Folge waren. Auch bei der Einschätzung der Impfeffekte geht es nicht zuletzt um das Wohl der Kinder. Es kann nach den bisherigen Daten festgehalten werden, dass die Covid-Impfstoffe einen signifikanten, aber zugleich kontinuierlich abfallenden Schutz vor schweren Verläufen und Tod bieten. Ansteckung und Übertragung der Erreger werden nicht verhindert. Die zunächst proklamierte Aussage, die Impfung senke hochsignifikant die Übertragungswahrscheinlichkeit, musste mit der Zeit immer mehr relativiert werden. Das heißt, die Behauptung, es handele sich in erster Linie um eine Pandemie der Ungeimpften, war wissenschaftlich falsch und die menschlichen Folgen dieser Aussage berücksichtigend zutiefst inhuman. Ja, die Impfungen wirken, aber insgesamt erfüllen sie bei weitem nicht die in sie gesetzten Erwartungen. Ja, sie haben insbesondere betagte Menschen vor einem Corona-Tod bewahrt. Zugleich sprechen die Ergebnisse einer repräsentativen Studie eines erfahrenen dänischen Forscherteams dafür, dass die Messenger-RNA-Impfungen Gesamtsterblichkeit nicht zu beeinflussen vermochten. Auch diese Zahlen müssen noch mit Vorsicht genossen werden, aber weitere Forschungsbemühungen in dieser Richtung sind wahrlich angezeigt. So gehört es zur ganzen Wahrheit, dass Corona-Impfungen leider schwere Impfeffekte hervorrufen können. Insgesamt sind diese schweren Nebenwirkungen selten. Doch wie lautete das Argument, das zur Einordnung der Corona-Maßnahmen gern vorgebracht wurde? Die schweren Verläufe und Todesfälle sind insgesamt betrachtet relativ selten. Jedoch durch die hohe Zahl Infizierter ist auch das Seltene, in absoluten Zahlen ausgedrückt, erschreckend hoch. Genau dieses in meinen Augen berechtigte Argument ließ man für die seltenen Impfnebenwirkungen nicht gelten. Hier ist selten einfach selten. Wenn dann die Landesärztekammer von 2,5 Millionen ärztlicher Behandlungen in Deutschland spricht, Stand Frühsommer 22, die als Verdacht auf einen Impfschaden abgerichtet wurden, dann ist das eine sehr ernstzunehmende Größe. Aber wir wollen auch hier präzise bleiben. Selbst wenn wir davon ausgehen, dass sich zahlreiche dieser Verdachtsfälle bei genauer Prüfung nicht als tatsächliche Impffolge erweisen würden, so darf angenommen werden, dass immer noch eine Zahl zurückbliebe, die unter normalen Umständen, will sagen unter Umständen, wie sie vor dieser Pandemie Standard waren, ein Warnsignal sehr hell hätte aufleuchten lassen. Professor Bernhard Schiefer, Leiter der Marburger Ambulanz für Impfgeschädigte, berichtet, dass seine Patienten die Ambulanz häufig erst nach einer monatelangen Odyssee erreichen. Ohne bis dato, man kann sagen, ohne bis dato eine angemessene Unterstützung erfahren zu haben. Er geht von bis zu 30.000 Menschen in Deutschland aus, die unter schwereren Impfschäden leiden. Eine sehr zurückhaltende Schätzung, möchte man sagen, wenn man sich die Warteliste an eben dieser Marburger Ambulanz anschaut und die Erfahrungsberichte vieler Ärzte und Ärztinnen ernst nimmt. Das Paul-Ehrlich-Institut, das kritisiert Professor Schiefer mit deutlichen Worten. Die Arbeit, die genau dieses Paul-Ehrlich-Institut eigentlich leisten müsste, das leisten engagierte Datenanalysten wie Tom Lausen. So ergab seine Aufarbeitung, der Diagnostizierung und Behandlung von 800.000 Versicherten der AOK Sachsen-Anhalt und zwar im Jahr 2021, dass zahlreiche Diagnosestellungen, das Spettrum, das reicht von einer entzündlichen Hauterkrankung über autoimmunologische Schilddrüsenaffektionen und der KHK bis hin zu ausgewählten Tumoren, dass diese Diagnosen teilweise um den Faktor 5, einige um den Faktor 10 und einige gar um den Faktor 20 im Vergleich zu den Vorjahren zugenommen haben. Ob diese hochsignifikanten Zuwächse ursächlich mit den zeitgleich einsetzenden Impfungen in einem Zusammenhang stehen, das ist damit nicht erwiesen. Aber diese Zahlen sollten genauso wie die hochsignifikante Übersterblichkeit, die europaweit für 2021 und 2022 verzeichnet werden kann, die sollten Anlass geben, diese Entwicklung wissenschaftlich sehr intensiv zu beleuchten. Wer aus meinen Worten nun eine totale Ablehnung der Impfung heraushört oder glaubt, ich würde einer Impfpanik nun das Wort reden, nein, auch den muss ich enttäuschen. Tatsächlich wiederhole ich mehr oder weniger, was ich in unserem Video zur Impfung vom Januar 21 auch schon formuliert habe. Eine Entscheidung für oder gegen eine Impfung verlangt nach einer Nutzen-Risikoabwägung. Auch wenn im Rahmen der Corona-Pandemie fast alle etablierten Parameter medizinischen Handelns verschoben wurden, aber dass eine jede Therapie auch Nebenwirkungen aufweisen kann und dass es diese ins Verhältnis zum erwarteten Nutzen zu setzen gilt, das dürfte doch unstittig sein, oder? Und genau aus diesem Grund muss das Nutzen-Risiko-Verhältnis einer Corona-Impfung bei gesunden Kindern und gesunden Jugendlichen mit allergrößter Sorgfalt abgewogen werden. Eine Impfempfehlung für diese von der Corona-Infektion so wenig bedrohte Population ist, zumal mit dem heutigen Wissen wissenschaftlich sehr kritisch zu betrachten. Ganz anders die Situation auf der anderen Seite des Spektrums. Bei Menschen über 50 und bei Vorerkrankten überwiegt nach den meisten Analysen der Nutzen das Risiko. Für die Altersgruppen dazwischen gilt, was wir schon in unserem Impfvideo formuliert haben. Eine rationale Nutzen-Risiko-Abwägung. Es gilt das, was wissenschaftlicher Standard war, bevor alle Parameter wissenschaftlichen Handelns vor zweieinhalb Jahren verschoben wurden. All das Gesagte rechtfertigt keine allgemeine Impfpflicht und vor allem verlangt es nach einer ergebnisoffenen Analyse des Impfnutzens wie auch der Impfschäden. Die dänische Regierung hat dieser Tage verkündet, dass die nationale Impfkampagne für Menschen unter 50 Jahren eingestellt wird. In Deutschland laufen zeitgleich Kampagnen, die zur Impfung von Kindern auffordern. Ein Aspekt, der Forscher magisch anziehen müsste, ist Afrika. Bei einer Impfquote von durchschnittlich 12 Prozent zweifach geimpft, Stand August 22. In Staaten wie Burundi liegt sie bei etwa einem Prozent. Will sich die Corona-Pandemie einfach nicht so entfalten, wie es Experten wie Professor Drosten uns prophezeiten. Ganz im Gegenteil. Der afrikanische Kontinent hat wahrlich viele dramatische Probleme zu beklagen. Die Corona-Pandemie gehört, naja, sagen wir nur bedingt dazu. Zumindest nicht die Infektion. Sehr wohl leiden müssen die Menschen unter den Folgen der ökonomischen Talfahrt, die sich als Folge der weltweit und auch in Afrika selbst verhängten Maßnahmen einstellte. Lokale Besonderheiten wurden völlig ignoriert. So wurden im Gefolge der Corona-Restriktionen unter anderem auch die Malaria-Maßnahmen fast komplett heruntergefahren. Die Zahl der Malaria-Infektionen stieg schon im ersten Lockdown-Jahr, also 2020, weltweit um 14 Millionen auf insgesamt 241 Millionen an. Die Zahl der Todesfälle, sie kletterte auf 627.000. 96 Prozent der Todesfälle wurden aus Afrika gemeldet. Bei 80 Prozent der Verstorbenen handelte es sich um Kinder unter fünf Jahren. Wir sprechen hier von knapp einer halben Million toter Kinder nur im Jahr 2020. Eine dramatische Zunahme konnte auch bei Masernausbrüchen sowie Tuberkulose und Aids-Erkrankungen beobachtet werden. Nach WHO-Angaben ist das Leben von Millionen von Kindern bedroht, da viele Impfprogramme mit Beginn der ersten Corona-Maßnahmen einfach ausgesetzt wurden. Die UN geht davon aus, dass im Gefolge eben dieser Corona-Maßnahmen die Zahl der hungernden Menschen weltweit um über 130 Millionen und die Zahl der in dramatischer Armut lebenden Kinder um 100 Millionen zugenommen haben. Einige Hilfsorganisationen gehen von noch wesentlich höheren Zahlen aus. Wie auch schon in unserer Analyse vor zwei Jahren, sage ich auch nun, es geht hier nicht um eine Aufrechnung der Toten, sondern um eine systemische Perspektive auf alle Dynamiken, die durch unser Handeln ausgelöst werden. Es geht um die Redlichkeit, die wir an den Tag legen, bei Betrachtung eben aller relevanten Aspekte und aller relevanten Dynamiken. Und nicht nur derjenigen, die uns genehm sind, weil sie unser Narrativ bestätigen. Doch diese intellektuelle Redlichkeit will sich nicht einstellen. Wer nicht an Corona verstirbt, der stirbt leise. Die Fanfaren ertönen nur bei einer einzigen Todesursache. Und das gilt nicht nur für Afrika. Es hat auch in Deutschland niemanden ernsthaft bekümmert, so scheint es zumindest, dass im letzten November 30 Kinder mit einer schweren RSV-Infektion auf Intensivstationen lagen. Eine Art Nachholeffekt als Folge der Kontaktbegrenzungen und sicherlich auch des fehlenden Trainings des Immunsystems. Diese sogenannten Rebound-Phänomene, sie zeigen sich eben durch die fehlenden Immunisierungsprozesse. Und zwar bei zahlreichen Infektionen, natürlich insbesondere bei den Atemwegsinfekten. Man stelle sich vor, es legen auf einen Schlag 30 Säuglinge mit Covid-19 auf deutschen Intensivstationen. Die Sendewagen von ARD und ZDF. Sie würden wahrscheinlich live vom Krankenhausparkplatz, wenn nicht gar direkt von den Intensivstationen, berichten. Auch hier von Maß und Ausgewogenheit keine Spur. Grad Untertitelung des ZDF, 2020